Die grundlegende didaktische Planung einer Lehrveranstaltung hat mit dem Blended Learning erst einmal nichts zu tun. Typischerweise sind Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden oder in Blogworkshops unterteilt. Wenn wir eine solche Lehrveranstaltung visualisieren, gibt es natürlich als erstes einmal einen Veranstaltungsbeginn und ein Veranstaltungsende. Jetzt haben Sie schon mal eine Zeitleiste. Sie können nun überlegen, welche Präsenzblocks vorgegeben sind. In der ersten Einheit sollten Sie den Studierenden eine Orientierung für die gesamte Lehrveranstaltung geben. Es sollten grundlegende Fragen geklärt werden, wie Was sind die Ziele der Lehrveranstaltung? Welche Inhalte werden vermittelt? Wie sieht die Prüfung aus? Und es sollte auch besprochen werden, welche Erwartungen die Studierenden an die Veranstaltung haben. Am Ende der Lehrveranstaltung müssen Sie die Prüfungszeit und auch die Zeit für die Prüfungsvorbereitung einplanen, in der Sie mit den Studierenden noch mal intensiver daran arbeiten, wie die Prüfung dann durchgeführt wird. Für die Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung sollten Sie sich außerdem das Feedback Ihrer Studierenden einholen. Klassischerweise erfolgt die Evaluation am Ende der Veranstaltung über einen Fragebogen. Darüber hinaus bietet sich für die Weiterentwicklung Ihrer Lehre eine Evaluation in der Mitte Ihrer Lehrveranstaltung an. In den Selbstlernphasen sollten Sie konkrete Aufgabenstellungen an die Studierenden vergeben. Das können Kleingruppenarbeiten, aber auch Einzelarbeiten sein. Hier ist es sinnvoll, mit den Ergebnissen im nächsten Präsenzblock weiterzuarbeiten. Die Struktur ist nun fertig. Jetzt müssen Sie sich darüber klar werden, welche Inhalte durch die Lehrveranstaltung vermittelt werden sollen. In unserer Visualisierung nennen wir die Inhalte Themenkerne. Kommen wir nun zum Blended Learning. Sie müssen sich nun überlegen, welche Themenkerne sich auf einer Lernplattform gut gestalten und vorbereiten lassen. Um planen zu können, welche Inhalte Sie zeitlich auf die Präsenzblöcke verteilen und welche Inhalte die Studierenden in den Selbstlernphasen eigenständig mit Hilfe einer Lernplattform vor- und nachbereiten sollen. Um den Lernerfolg zu garantieren, müssen Sie sicherstellen, dass zu den Aufgabenstellungen genügend Lernmaterialien auf der Lernplattform hinterlegt sind. Achten Sie ebenfalls auf eine gute Aufgabenbeschreibung. Es ist sogar möglich, die Erarbeitung der Themenkerne ganz auf die Lernplattform auszulagern. Und in den Präsenzblocks mit den Studierenden beispielsweise Diskussionen zu führen und die Erkenntnisse im Plenum zu vertiefen oder mit ihnen Anwendungsaufgaben und Fallbeispiele zu bearbeiten. Klassischerweise könnte man die Themenkerne als Referate verteilen und diese in Gruppen erarbeiten lassen. Auch die Evaluation und die Feedbacks können Sie als Online-Befragungen durchführen. Der Vorteil dieser Lehr- und Lernszenarien ist, dass Sie auch didaktische Großmethoden ganz anders planen können. Beim projektorientierten Lernen beispielsweise gibt es dezidierte Projektphasen, die die Studierenden durchlaufen. In den Selbstlernphasen können Sie den Projektgruppen konkrete Phasen des Projekts zuteilen. Für die Präsenzblocks können Sie dann die Betreuung der Projektarbeit und die Präsentation der Gruppenergebnisse einplanen. Solch ein Drehbuch bietet dabei für die Planung Ihrer Lehrveranstaltung eine gute Vorlage für Sie.